Was genau ist die Sternenwanderung? Die Sternenwanderung ist unser Weg von verschiedenen Standpunkten aus zu der Elbphilharmonie, die wir durch die Stadt durchtanzen. Wer macht mit? Einmal sind es wir TänzerInnen. Dann wird uns noch eine Musikerin begleiten und eine Sängerin. Wer darf noch mitmachen? Wir dürfen alle, die wollen, egal ob jung, alt, groß, klein. Wenn man sich bei der Party-App kostenlos abmeldet, kann man mit uns tanzen. Wo fängt die Sternenwanderung an? Sie fängt in verschiedenen Stadtteilen an, und zwar St. Georg, Altona, Emsbüttel, Wilhelmsburg, Barenfeld, Volksdorf, Barmbeck. Könnt ihr die Bewegungen zeigen, die man mittanzt? Das ist jetzt das Beispiel Barmbeck. Am Melden bei der Party-App. Mit... Das ist jetzt das Beispiel Barmbeck. Musik Musik